Hallo, wie geht's denn so? Jesse oder auch CT5597 war Mitglied der 501. Legion. Er kämpfte in der Schlacht von Salukamai, Umbara und Annexis. Während der Schlacht von Umbara flog er mit Harkase und Philes in die Luftschlacht von Umbara und zerstörten ein Versorgungsschiff der Separatisten. Jesse und Philes sollten dann hingerichtet werden, was jedoch nicht geschah. 19 Vs. Y. während der Schlacht von Annexis wurde er zum Ark-Soldaten befördert. Auf seinem Kopf hatte er das Logo der Galaktischen Republik als Tätowierung. Diese Party ist vorbei. Falls ihr noch weitere Video-Vorschläge habt, schreibt es doch in die Kommentare. Lasst den Nomen da, wenn es euch gefallen hat, abonniert und aktiviert die Glocke. Und denkt immer daran, die Macht wird mit euch sein. Immer.